aus dem das rechtliche Wäldchen dort musste scheiße Alter gibst du gar nicht so dass du alles drin oder hast du anderen drin? Drehst du gar nicht sag ja, schlechte Idee warte nicht machen naja wie gesagt, man muss es nicht angehalten, du hast wahrscheinlich den zweiten Gang geschalten hier brauchst du den Anstieg, brauchst du noch nicht hin zu schalten, nur ins Gerade geht oder bergab eh 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 ich kann mich sonst eben nochmal zurückziehen und damit Anlauf nochmal kommen oh scheiße ich darf jetzt brauche ich mich auch fast oh scheiße solltest du mal Wind anmachen? kacke hmmm nee 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 TU Winde da Mann komm� jetzt wer vorne vor Wie gesagt, bitte keine Handbremse reinmachen, wenn nicht immer, dann grabe ich mich auch fest. Ne, da falle ich runter, wenn ich da ziehe. Also... Also, pass auf jetzt. Hast du die Handbremse raus und so? Die von All-Wheel-Stream. Da falle ich zu 90 Sekunden. Alles drin. Gas geben, Gas geben, Gas geben, Gas geben, Gas geben. Okay. Sehr schön. Ne Schaden, nichts machen, immer nur Gas. Versuch, ne, meine Spuren nicht machen. Okay. Ja, ich bin festgebrochen. runter, runter, rechts. Hm. So, scheinen wir den zweiten Gang durch. Ja, ich fahre gerade den zweiten Gang. Einfach hier durchs Tal vorn durch. Ja. In rechts runter durchs Tal. Ja. Du mich mal, dann ins Tal. Schnell, 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 schnell. Kann ich mit, mit ziehen jetzt sofort. Oh, ich hab es nie gerichtet. Hm. Na ja, geht zum Boden, oder? Oh, Takt. Punkt ja. Okay. Nein 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 nein. Fall doch nicht um. Nee, umfallen. Warte, ich werde da wieder anmachen. Kein Winsch folgt gar nichts. Ja. So mag ich dich. Ich bin hier, ich kann nicht schalten. Ich stecke hier wieder. Nee, ich fahre nicht mehr. Nee, nur fährst du. Nee, nur fährst du. Ich stehe nicht mehr. Ich bin hier voll drin. Ja, ich kann nicht fahren. Ich brauche jetzt eine Aufladung. Kann ich mal deine Aufladung verloren, Billy? Ja, komm. Ankuppeln. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Also am besten, ich fahre den ersten Gang durch hier. Und gar den ersten späten. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Schnell, schnell, schnell bevor ich ansicke. So. Das hier war echt keine gute Idee. Nehmen wir ein bisschen ein schwarzes Feld. Aufpassen. Pass auf, jetzt anwenden. Sobald ich vorbeikomme. Ich kann nicht, wenn du fährst. Wir müssen jetzt ja gerade nirfen. Ja, ja, immer vor, immer vor, immer vor. Das geht nicht lange gut, ja. Ja, 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 ja. So, so, so. Sehr schön. Ich lasse mich gerade an dir angebunden, damit ich noch wirklich hochfahren kann. Na ja, klar. Wo haben wir schon, steckst du schon? Bis hoch. Nein, wieder. Ja, jetzt steck ich wieder. Kannst du gerade mir feststellen, ganz hinten. Okay. Dann will ich uns beide noch beim wieder rausziehen. Ne, das geht nicht. Soll ich mal fragen? Ne, ne, oder? Der kommt noch nicht hoch, ich glaube nicht. Soll ich den Typen jetzt... Immer geradeaus fahren, immer geradeaus. Jetzt geht's denn. Ich komme mir noch raus. Ja, ich sag's, wie gesagt. Hätte ihn nur abschleppen können. Ja, das mache ich später leer. Wo jetzt hin? Immer geradeaus. Und los. Am besten links von dem Dings von. Von dem, von dem kleinen Wäldchen da raus ist. Oh, ich stelle mich noch ein bisschen Wasser hin. Werden? Ja. Boah manch, langsam ist mein Fuel noch leer. Soll ich schon mal nachfahren? Ich hab nur noch 100 Liter. Von 260. Von? Na ne, da geht schon. Hast ja noch ein Drittel. Gut, ich versuch jetzt auch mal so weit wie möglich dann links an dem Wald links zu fahren. Ne, oder? Das dürfte gehen, ne? Sag mal. Jetzt fangst du mal. Wo ist rein? Links, 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 weiter. Boah, da sind wir in die schwarzen Felder, ja? Okay. Da hab ich gesagt höher musst du fahren. Da sind die Jägerstand dorthin. Dann haben wir einen zweiten Gange durch. 36 Liter! Ich sag ja, du sollst bei dem ersten bleiben, weil sonst drehst du wieder fest. Vorsicht. Also weil ich mich schon wieder reingefahren habe. So was wollt. Warte mal, ich glaube ich kann auch zu dem Baum ziehen. Nein, lass es kommen bitte dran. Und immer weiter geradeaus wir bei dem Ding, ja. Ja. Genau. Ja. Sehe ich irgendwann, wann ich wo abbiegen muss oder so? Ja. Nein, immer gar nicht. Nein, dran, der Engel steckt nicht mehr extrem fest. Ja, geht, geht. 김champ. Nein,нали, nee, du sollst ab, die Gemüse. Ein bisschen links zu behalten. Das ist der zweier Galerstand. Aber das haben wir auch wieder so aufgenommen. Jetzt haben wir auch noch nicht damit. Jetzt haben wir gesagt, dass wenn du die Hörer Drückstelle einfach nicht rückst, dass sich alles ins T-Ton. Alles voll dunkel war. Oh, doch. Doch. Hier ist jetzt ein Weg, soll ich langfahren. Vielleicht ich sehe ihn nicht mehr. Rechts. Bitte bitte nicht zu schnell machen. Ich muss mal gucken, wo es lang geht. Hier geht es eigentlich mit dem Fahnen. Hier gerade runter. Hör auf, wo ihr rechts. Leute, ich habe keinen Plan, wo ihr seid. Ein bisschen weiter nach vorne. Vorsicht. Ne, immer mit einem Weg stehen bleiben. Kannst du irgendwo anders machen. Ich muss alles auf die Karte gucken. Konavel, du musst bitte rechts halten. Mal vorbei, rechts vorbei. Mal vorbei. Okay. Ja. Ich habe noch 63 Liter. Ich habe noch 75. Ich könnte jetzt schon den Tankwagen holen. Wir sind echt gleich da. Wir müssen dann halt links irgendwie hoch jetzt. Jetzt hier, da zwischendurch ist der Karte aus dem Weg. Genau. Ja, hier ist der Weg. Okay. Genau. Und jetzt sind wir gerade aus. Und jetzt haben wir einfach gedacht aus. Ja. Oh, wie das nochmal dunkel wird hier. Komplett. Sinnlos. Hm. Kann ich auch noch den Weg fahren. Hm. 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 Ah, der kommt aus. Das ist so wie ich fahre. Hm. 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 Jetzt könnt ihr uns wenig aufhören. Ne, ich hab 54. Wenn du schon bist. Dieter, das reicht niemals. Hm, okay. Ich hab noch mal einen 40 Lauer. Ich bin jetzt links rüber, oder? Ah, ja. Ja. Das darf man schauen. Hm. Wenn, dann zieh ich euch halt eigentlich nicht. Ah. Was? 15 Liter noch? Ja, 50. 50. Aber jetzt... 49. Echt, scheiße. Ziel. Ach, dort hinten. Wie viele Punkte müssen wir nochmal abgeben? Ach, das passt ja. Du hast vier unter uns. Sind wir dann schon fertig, oder wie? Haben nur eineinhalb Stunden gebraucht. Hm. Geht doch. Holzfäller extrem, ja. Das Holzfäller. Ja. Das sind dann ein bisschen Holzfäller dazu. Und dann wäre das eine klassische Holzfäller-Simulation. Hm. Ja, das wäre schon klar. Lieber aufs Ding modellieren. Truck modellieren. Ein bisschen verschärfen da. Ja. Oh, oh, noch eine Brücke. Jetzt habe ich noch 35 Liter. Schaffe ich das noch? Ja. 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 Ich schaue ein bisschen auf mich warten. Ich stecke hier gerade wieder im Schlamm fest. 25. Ich habe nur 64 Liter. Von 330. Wenn ich da hab... So, ungefähr. Ah, komm clever. Na was? Den wir hier einfach mit. so die Brücke ja, hab nur 31 ne, ich meine, reicht's vom reicht reicht so ja, krasser Shit ja, da muss so muss das sein erledigt ohha, Blind Navigation mein Schnur, wir haben's drauf meine Güte sind wir geil so was von 3 wow Achievements wir sind eben Spieler, da kranker Sache 1 Stunde 16 Minuten verbaut 5,36 Fahrzeug freigeschalten 4 von 6 wo Endo steht noch dort ja, aber fehlt noch aber wir sind noch akzeptabel ja, dann gehen wir zurück zum Hauptmenü ja nicht schlecht so muss das sein hab wieder ne Map fertiggestellt im Coop und nächstes Mal, nächstes Anfang komm 말 небольшal bisschen anzuschubisch oder so schöne Weihnachten obwohl das wahrscheinlich nicht schon fünf Wochen vor Nachtisch ist was hat's jetzt gebracht naja, ne ja, frohes neues frohes neues frohes neues meine Güte das wird eigentlich schon ja das wird eigentlich noch davor rauskommen blablabla genau und dann danke fürs Zusehen und